Dein kaputtes Auge? Waren das die Bullen oder hast du das von einer eurer Schlägereien? Wie sollen uns die Leute denn respektieren? Seht uns an! Wir respektieren nicht mal einander. Wie sollen die anderen uns nicht hassen, wenn wir einander hassen? Und dann sagt ihr immer, aber ich liebe meine Mutter. Ich bringe ihr die Millionen nach Hause. Wisst ihr, was ihr nach Hause bringen werdet? Eure Mütter sind hier. Fragt sie! Einen Sarg. Einen Sarg.